So, warum habe ich denn jetzt das da? Ich wollte doch das nicht mehr haben. Wieso habe ich denn das jetzt das? Nee, wo ist meine Waffe hin? Genau die hier. Ich glaube ich bin da. Jetzt hat er die gewechselt. So, was sollten wir jetzt machen? Prinzessin Kenny hat den Stab der Wahrheit gesteuert. Finde sie und hole ihn zurück. Okay, dann werden wir das mal machen. Kaufen, beziehungsweise verkaufen Kram. Mache ich das jetzt? Ich mache ein bisschen. Ach nee, scheiß drauf. Weg da. Muss jetzt nicht sein. Ach du Scheiß. Ja, gut jetzt. So, jetzt geht's los. Gegen Kenny. Kenny? Tut mir gar nicht leid. So, wir müssen den jetzt irgendwie wegkriegen. Weil, ich will nicht mehr. Ich will wirklich nicht mehr. Ja, ja. So. Cordman ist jetzt nochmal dran. Das hätte ich bei mir auch machen sollen. Bei meinem Charakter. So, Tempotrank. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt was bringt, aber wir können es ausprobieren. Ne, ist nicht viel. Na, doch. Ging jetzt. Ach man, der Mega-Hauptsache, Kenny brennt. Prinzessin-Candy, Entschuldigung. Au. Das ist mir jetzt egal. Ich nehme jetzt wieder einen Tempotrank für Coutman. Ah, Mist. Zehn und Sechse. Nehmen wir das. Halt. Das hätte ich nicht machen dürfen. Den Tempotrank nehmen. Na, egal. Das war mir nämlich klar, dass wir nur noch vier haben. Stopp mal, ich kann doch noch wechseln. Ne, kann ich eben nicht. Ist ja Kenny gleich dran. Das will ich ja nicht. Äh, lass das! Ihhh, weg! Au! Ich muss Coutman wiederholen. Der ist sowieso gleich weg. Und tschüss. Ich hätte gar keinen, hätte Coutman nicht schulden müssen. Aber egal. Es ist alles vorbei, Prinzessin Kenny. Zwei Spagg sind zu stark für dich. Sag mal jetzt nicht, ich muss jetzt noch mal gegen Kenny kämpfen. Nö, nö, nö. Ah, Nossi, Zombie-Prinzessin Kenny! Nö, nö, nö. Ach nö. Nö, ne, schon wieder. Oh Mann. Was? Tempotrank. Tempotrank, Tempotrank, da. Es ist ja nicht gerade viel hier, aber was soll's. Irgendwie muss ich den ja wegkriegen. Oh, Todesmarkierung. Ja, ja. Tempotrank. So, was hat denn der für Fähigkeiten? Wirbelwind, Schlitzer, Standwork, ein sich drehen, das Schwert, dass mehrere Feinde trifft. Samsch wird seine inneren Aktion halten und greift einen Feind mit einer Vielzahl Hiebe an. Hm. Jawoll, das ist ja perfekt. Scheiße. Zu spät, aber egal. Scheiße, ey. Ich werde dich erst mal heilen, so eine blöde Kuh. Ach, Mist. Ich kann davon nicht mehr benutzen, muss ich das machen. Das bringt zwar nicht viel, aber was soll's. Ach, nee. Ich hab doch auch gedrückt. Ich soll verfeuern es! Ach, Heiltrank. Perfekt. Perfekt. Todesmarkierung. Hat nicht viel gebracht, aber was soll's. Fähigkeiten kann ich nicht benutzen. So eine Kacke. Nein! Ah, verfluchte Kacke. Was ist das denn? Ich will jetzt nicht sterben. Aber absolut nicht. Ja, klar. Jetzt ist der noch tot. Ist da was? Nee, nee, will ich ja nicht. Ach, Mann. Ich muss... ...die wieder wegkriegen. Machtrank, hier. 15, 10, 6er. Nee, das will ich nicht. Das ist doof. Ach, muss ich das machen. So eine Kacke. Und nicht schon wieder. Wieso denn? Ist doch zum Kotzen. Ich muss mich heilen. immer noch so viel. Muss doch langsam mal weniger werden, nur. Gibt's doch gar nicht. Wenn man wetten, ich kann jetzt bestimmt keinen Machtdrang benutzen. Habe ich nicht gesagt. Ach, das ist doch zum Heilen. Ja, jetzt ist der gleich wieder tot. Jetzt darf ich den wiederholen. Oh, es ist nicht mehr viel, Mensch. Machtdrang. So, jetzt haben wir 15. Jawoll. Tschüssi. Was? Nee. Ey, ich glaube, ich spinne. Ich will nicht noch mal. Oh, es gotzt mich an. Hat das nicht bald mal ein Ende? Nicht schön wieder. Jetzt muss ich gucken. Welche Taste. Welche Taste. Ich habe die verkehrte Taste genommen. Spiele ja nicht da rum, ey. Also, es tut mir jetzt gerade leid, dass es heute zufällig ist, dass ich da hingeguckt habe. Wie lange soll ich denn noch gegen den kämpfen? Ich habe schon gar keine Lust mehr da drauf. Ich will den Juden jetzt hier nicht herhaben. Weil der ist nicht wirklich so gut da drin. So, jetzt kann ich mir einen Mana-Trank nehmen. Jetzt gehen würde. Nimmst du mal hier an? Ne, war? Ja, jetzt da. So. Jetzt muss ich wieder gucken, ob ich das wieder hinkriege hier. Aber es war nicht gerade wirklich perfekt. Egal. Mach mal heilende Berührung. Danke. Ich versuche das jetzt nochmal. Zu spät. Egal. Barthas ist tot. Das ist super. Es ist ja nicht so, dass ich mir was anderes nehmen will. Nicht nur jedes Mal hier so beschissene wieder Überlebungstränke. Aber lassen wir es mal. Na, warte nun. Ich habe gerade fragen, was geht denn jetzt ab? Ich habe keine Tempo drin gemacht. Das gefällt mir gerade mal gar nicht, dass ich keine Tempo-Tränke mehr habe. Was? Scheiße! Äh... Stärke-Trank. Na, komm schon. Und tschüss! Oh, das gibt's doch nicht. Wie oft soll ich denn jetzt noch gegen den kämpfen, ey? Das ist mein letzter Wiederbelebungstrank. Was kann ich denn jetzt nicht machen? Ich will gerade sagen. Stärke-Trank brauchen wir ja nicht. Das haben wir ja noch. Ich muss bloß aufpassen, dass ich mir jetzt hier nicht allzu groß ist, dass ich irgendwas verpasse oder so. Dass ich mich jetzt hier umbringen lasse. Boing! Ich muss den doch irgendwie wegkriegen, sagt man. Kann doch nicht wahr sein. Stärke-Trank, hier. Hat auch nicht viel gebracht, aber was soll's. Wo ist mein Stärke-Trank? Da. Ich brauch den... Angriff erhöht. So. Lass mich gucken, welche Taste es wo da ist. Ich merke mir das nicht. Verfluchte Scheiße. Jetzt ist Butters tot. Kann doch nicht wahr sein. Was ist das denn? Das ist das denn? Oh, wie? Wie? Ich muss erst mal hier... einen Mana-Trank nehmen. Oh, was war denn das für Eno? Falt, ey, nein. Ich hoffe, das wird das. Wenn nicht, dann... Weiß ich auch nicht. Alter, was geht? Oh, was war denn das für Eno? The dragonborn must have farted on the princesses bottles. Oh, oh, schön, zauf, Pocky da auf. Macht er richtig. . You guys sure about this? There's no other way. It drove our friend to madness and nearly killed us all. Vielen Dank. So, was wollen Sie jetzt spielen? Wie geht es mit Dinosaur-Hunter? Oder Feral-Liebe-Mummi? Lass uns die Dich zurückkommen. Was wollen Sie jetzt spielen? Schrauben Sie alle, ich gehe nach Hause. Wow, was ein Dich. Lasst es jetzt nur herunterlaufen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin aber ehrlich gesagt froh, dass es jetzt endlich zu Ende ist. Es wurde auch Zeit. Ja, dann sage ich mal Tschüss. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020